Wie viele junge Deutsche wollten Schluss machen mit den Ungerechtigkeiten der Weimarer Republik? Drängte Hitler auf den Eintritt Spaniens in den Krieg. Spaniens in die Situation in Spanien kann die Krieg in Fragen des Wochen. In jedem Tag fragte ich mich, wie lange ich wohl leben würde. Ich bin gespannt, der Professor. Will ich wissen, ob Sie sind hier? A veces, ich frage mich, in der Hand von uns, wer wir sind. Da, wo die Krieg passiert, der Welt auch passiert. Die Gestapo are looking for you. Maximum alert! Mein Gott! Das ist Papier! Wir brauchen alles. Prometen für den Zukunft. Wir sind gekommen! Was danach kam, war eine verheerende Spiral der Zerstörung. Ein Labyrinth. Und die Frage ist, wofür? Wofür? Was ist das? Wofür? Was ist das? Wofür ist das? Das ist das? Ich kannte Hitler und habe mit ihm zusammengearbeitet.